Ich habe eine Moschee besucht, die komplett aus Gold ist. Der Islam ist nach dem Christentum die zweitgrößte Weltreligion. In Deutschland gibt es zwischen 4,4 und 4,7 Millionen Muslime. Und weltweit gibt es schätzungsweise 1,7 Milliarden Muslime, die regelmäßig beten oder beten sollten. Diese besuchen auch natürlich regelmäßig die Moschee, aber die wenigsten eine goldene. Wir sind jetzt in einem katarischen Dorf, was eher für die normale Bevölkerung gedacht ist, nicht für die Kataris. Und das hier ist eine Moschee, die komplett aus Gold ist. Also das hier ist eine vergoldete Moschee. Den Turm sieht man jetzt nicht, der ist auf der anderen Seite. Aber es ist wirklich krass, wie das Ganze hier glitzert und ausschaut.